Das Gericht heißt in Hongkong Steamed Fish with Leak and Ginger und das ist ein Fisch, der im Ganzen auf einen Teller gelegt wird, dann im Wok gedämpft wird, mit einer Mischung aus Soja, Soße und Wasser übergossen wird und dann bestreut wird mit grob geschnittenem Lauf und Ingwer. Das Problem des Gerichtes für mich liegt darin, dass du den ganzen Fisch auf dem Teller hast, wo die Haut dran ist, die Gräten sind da drunter, die Augen sind da dran und das ist eine riesen Fummelei und je nachdem was für ein Fisch das ist, also umso kleiner er ist, umso mehr Gräten hat er, umso weniger Fleisch hat man und es ist nervig und deswegen habe ich dieses Gericht, was ich dutzendfach gegessen habe, mir einfach geschnappt und habe gedacht, was mache ich daraus. Wie kann ich das meinen Gästen präsentieren und ihnen den authentischen Geschmack und das Erlebnis geben, aber auf der anderen Seite ist es viel einfacher essbar zu machen. Wir haben uns dafür zuallererst für einen lokalen Fisch entschieden, den Zander. Wir schneiden diese Fischfilets in der Menüportion auf 80 Gramm und dann hat man einfach einen Block feinstes, weißes, saftiges, aber durchaus auch bissiges Zanderfilet, das wir im technischen Rationaldämpfer bei 82 Grad langsam dämpfen lassen. Damit imitiert das so ein bisschen das Dämpfen im Bambuskorb oder im Wok bei den Asiaten. Den Lauch und Ingwer, der nochmal grob geschnitten drauf gestreut ist, den servieren wir in unterschiedlichen Texturen. Das heißt, es gibt einmal einen Lauchpüree, dann Frühlingslauch und Wok angezogen. Obendrauf auf den Fisch kommen Ingwerscheiben von jungen Ingwer, die wir in Reisessig über zwei Tage einlegen. Darauf Frühlingslauch, Engelshaar klein geschnitten. Und was wir dazu bringen, ist dann noch eine japanische Komponente, nämlich eine Marmelade von Yuzu. Und die Hauptingredient auch bei den Kantonesen ist dann eigentlich diese Sojabrühe. Und die kochen wir aus einem Entenfong, der mit Entenfüßen und Entenhelsen gekocht wird, damit er schön gallertartig und reich ist. Und schmecken ihn dann ab mit zehn Jahren im Holzfass gelagerter Kamibishi Sojasoße aus Japan. All das ergänzen wir noch um ein wenig geklärte deutsche Butter. Und wenn wir es dann am Gast präsentieren oder zum Gast bringen, zelebrieren wir dieses Gericht tatsächlich. Dafür haben wir die Porzellan-Dämpfer, wo wir die Zanderfilets, die dann schon mit der Garnitur versehen sind, reinpacken. Unten kommt Trockeneis rein, heißes Wasser drauf. Wir schließen den Dämpfer und servieren im Endeffekt vor dem Gast den Teller. Angerichtet mit Lauchpüree, Frühlingslauch und Butter. In der Seite die Kanne mit der Kamibishi Sojasoßen-Soud und den Dämpfer, der dann so richtig schön qualmt und dämpft. Und damit demonstrieren wir dann am Gast, wenn wir alles auf den Teller legen und den Sud angießen, das Dämpfen, also die Zubereitungsform. Und es ist für mich halt einfach auch jedes Mal so, dass ich dann vor meinem inneren Auge, wenn ich das Gericht mit anrichte, mich tatsächlich wie in Hongkong fühle. Und das versuche ich mit fast allen meinen Gerichten zu machen, eine Geschichte für den Gast zu erzählen und ihm etwas nahe zu bringen, was ich persönlich erlebt habe, was ich fühle, was ich schmecke. Und meine Welt ist, auch wenn ich von außen weiß bin, total asiatisch und ich fühle mich auch als solcher.